Hallo und herzlich willkommen zum SEO ABC. Mein Name ist Sonja Schweighofer und vielleicht kennt ihr mich noch aus der Good News Wochenschau in der Sparte SEO Quicktipp. Diese SEO Quicktipps könnt ihr nach wie vor nachgucken und zwar einerseits auf dem YouTube Channel von Coworking Salzburg oder auch in meinem Blogbereich auf meiner Website www.schweighofer-crossmedia.at. Beim SEO ABC geht es darum Fachbegriffe etwas genauer zu erklären und dabei gehen wir alphabetisch vor. Alle zwei Wochen also werdet ihr von mir einen Fachbegriff erklärt bekommen. Denn wie es auch in vielen anderen Bereichen ist. Fachjargon in Bereichen wo man sich normalerweise noch gar nie oder erst ganz kürzlich aufhält können einen ziemlich verwirren. Heute nehmen wir uns den Buchstaben D vor. D wie Duplicate Content. Unter Duplicate Content, Englisch für doppelter Inhalt, versteht man tatsächlich identischer Inhalt auf der eigenen Website oder auch auf mehreren anderen Domains, also anderen externen Webseiten. Das Problem dabei, doppelte Inhalte sind nicht einzigartig und liefern Nutzern keinen Mehrwert. Dies kann zu Schwankungen beim Ranking der eigenen Website führen. Für Google ist dann nämlich nicht klar ersichtlich, welche Seite nun relevantesten Inhalt für eine gestellte Suchanfrage bietet. Außerdem kopiert man eins zu eins den Inhalt einer anderen Website, dann ist es auch ein Plagiat, wenn wir uns ehrlich sind. Und das war es auch schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da nehmen wir uns den Buchstaben E vor. E wie Erreichbarkeit. Bis dahin viel Spaß bei der kommenden Good News Wochenschau und bei der kommenden Astronight.